Ich bin der Meinung, das Schulsystem muss endlich geändert werden. Das kann es doch nicht sein, dass wir aus der Schule ins Berufsleben starten und wir haben keine Ahnung von Altersvorsorge, Steuern, Mietverträgen oder wichtigen Versicherungen. Aber Hauptsache wir können irgendwelche Kurven berechnen. Was sagst du, welches Fach in der Schule braucht man nicht wirklich bzw. was sagst du, was wäre denn wichtig, dass man das unterrichtet? Ich freue mich auf deinen Kommentar.